Die Von Aden GmbH ist ein traditionsreiches Dresdner Familienunternehmen. Wir entwickeln Technologien und fertigen hochproduktive Beschichtungsanlagen. Es geht um Vakuumbeschichtung mittels ultradünner Funktionsschichten, die auf Materialien wie Glas, Metallwand oder Kunststofffolie abgeschieden werden. Diese mit bloßem Auge nahezu nicht sichtbaren Schichten vermitteln den Materialien sehr wichtige Eigenschaften, wie zum Beispiel Absorption oder Reflexion von Wärmestrahlen oder elektrische Leitfähigkeit an der Oberfläche. Mit Hilfe dieser Technologien und dieser Anlagen ermöglichen wir unseren Kunden, sehr innovative, einzigartige Produkte herzustellen, wie zum Beispiel energieeffiziente Architekturglas-Scheiben, Photovoltaik-Module, Smartphone-Displays oder Folien, die im Bereich der Autoglas-Scheiben eingesetzt werden. All diese Anwendungen sind wichtig, um Energie zu sparen und ressourcenschonend einzusetzen, um alternative Energien effizienter und vor allen Dingen auch attraktiver zu machen. Wir sind mit unseren Beschichtungsanlagen Weltmarktführer im Bereich der großflächigen Architekturglasbeschichtung und im Bereich der Dünnschichtphotovoltaik. Produkte unseres Unternehmens sind mittlerweile in mehr als 50 Ländern dieser Welt im Einsatz. Dieser Erfolg war nur möglich dadurch, dass wir ein sehr breites Produktportfolio anbieten können und einen sehr hohen Innovationsgrad im Unternehmen haben. Dresden bietet die einzigartige Kombination aus einer hochstehenden Forschungs- und Entwicklungslandschaft, gepaart mit einer gut etablierten mittelständischen Industrie, in der es möglich ist, auf kurzen Wegen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse schnell in die Praxis umzusetzen. Das ist für uns ein wichtiger Faktor, genauso wie die Ausbildung von hochqualifizierten Fachkräften, die insbesondere an der Technischen Universität und anderen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen ausgebildet werden, auf die wir zukünftig gern zugreifen wollen und können. Dresden liebevoll als Elbflorenz genannt, war damals für Manfred von Ardenn schon ein wichtiger Faktor in Bezug auf die herrliche Lage, in Bezug auf den traditionellen Kultur- und Kunststandort. Von Ardenn ist ein international operierendes Unternehmen. Wir sind Dresdner, wir fühlen uns als Dresdner und tragen den Namen der Stadt in die Welt.